und Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Minecraft Waldleben Let's Play Oh da ist schon wieder ein Creeper, wir sind heute in Tag 7 Nein, nein, bitte, bitte, nein, 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 das tust du mir nicht an Komm, komm, geh weg von meinem Haus Geh weg, geh weg, komm, 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 stirb Nein Nein, da kommt was von hinten Nein Ich kann nur noch die Wände löschen Ja, ich finde es jetzt mal geil Oder nicht geil Weil eigentlich wollte ich ja bis zur Let's Play Folge 10 durchspielen Eigentlich Und dann wollte ich die 10. Folge Livestreamen, wie ich dann halt sterbe, weil ich dann die ganze Nacht ohne Sachen rumlaufen wollte Aber nein, da kommt ein Creeper und springt mich hoch Und von hinten war wahrscheinlich noch ein Skelett und da Oh Scheiße, jetzt muss ich die Welt hier löschen Oh Gott, ist das behindert Scheiße Fuck Oh mein Gott, da ist ne Kuh Fuck, ich will die Welt jetzt nicht löschen Nein Scheiße, Scheiße, Scheiße Naja gut, ich muss jetzt das Beste draus machen Ich muss die Welt löschen Das ist das Beste, was ich machen kann Ich werde so traurig Aber ich habe ja gesagt Wenn man stirbt Darf man drei andere Nominierungen Und ich nominiere drei andere Den ersten, den ich heute nominiere Ist der Let's Touch Der kleine Toucher Dann nominiere ich noch BoneLP Die haben mit mir schon ein paar Videos zusammen gemacht Und ich nominiere noch 1, 2, 3, 4 Tech Das wurde ein paar Also der YouTuber hat glaube ich 15.000 20.000 Abonnenten Das weiß ich jetzt immer ganz Wurde von euch vorgeschlagen Und ich habe euch ja gefragt Es wurden auch noch andere vorgeschlagen Zum Beispiel Wartet kurz, ich lese mal alle vor Tartel, Dehner, Ungespiel, Turbinator, LP LP mit Kev, Komme, HD und KonKrafter Aber ich hoffe euch ist klar Dass so Leute Die bemerken mich nicht Wenn ich sage Ich nominiere sie Die bekommen das nicht mit Vielleicht würden sie sogar machen Aber die bekommen das einfach nicht mit Weil die einfach so Weil so viele Leute So viele Abonnenten die haben Da bekommt man das immer mit Und jetzt Let's Toucher 1, 2, 3, 4 Tech Und BoneLP Sind nominiert Ob sie das machen Keine Ahnung Ihr könnt ihr auf den Ihren Kanälen wobei schauen Ihr könnt auch gerne Denen in ihre Kanäle zuspammen Dass sie auf das Video hier kommen Und dann würde ich mal sagen Ich hoffe wir hören uns bald wieder Ich muss es die Welt löschen oder? Scheiße, Scheiße Hä? 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 Bist du sicher dass du die Welt verlassen? Wiederbeleben Ich habe noch nie Im Hardcore Modus Mich wiederbelebt Und jetzt ist gerade Minecraft abgestürzt Ich hoffe ihr hört es noch Ich hoffe es Ab hier Hat Fraps dann leider nicht mehr aufgenommen Ich nehme das jetzt einfach als Hintergrundbild Das schöne Game Over Und ich sage euch jetzt aber immer noch was passiert ist Ich habe auf Wiederbeleben gedrückt Minecraft ist dann noch abgestürzt Und die Welt war gelöscht Und irgendwie hat es Minecraft richtig versaut Denn normalerweise kann man ja im Hardcore Modus Nur die Welt löschen Und die Welt ist weg gut Aber irgendwie ist da der Wiederbeleben Button drin Und es hat Minecraft total überfordert Minecraft war total perplex Und ist einfach abgestürzt Jetzt ist die Welt zu Ende Ich hoffe wir hören uns bald wieder Es war jetzt eine sehr kurze Folge Und ich wollte eigentlich noch ein paar Videos mehr machen Über Minecraft Aber irgendwie wollte das Spiel nicht Aber Ich habe drei nominiert Ich hoffe wir hören uns bald wieder See you later Alligator Ich hoffe wir hören uns bald wieder 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 Ich hoffe wir hören uns bald wieder